Hi. So, wir spielen jetzt hier eine Runde QSG und haben noch kein Schwert zur Hand. Okay, da haben wir auch schon eine gute Rüstung und da vorne ist auch schon unser erster Gegner, den wir uns jetzt schon easy geholt haben. Der Grund dafür, warum keine Videos kamen, war es einfach, weil ihr wisst, der schreibt dieses bzw. nächstes Jahr Abschluss in der Schule. Nach meinem Abschlussvideo, da hatte ich einfach 0,0 Zeit mehr für YouTube und ich probiere jetzt so viele Videos wie möglich hochzuladen. Und es ist auch ziemlich schade, dass man jetzt gerade in dieser Zeit so viele D-Abonnenten bekommt, wenn man keine Videos hochlädt. Also wir hatten bestimmt schon die 100 Abonnenten geknackt und das große Special wäre gekommen, aber leider ist das so. Master HD 010. Den holen wir uns. Okay, der hat schon mal einen Goldapfel drin. Yes. So, es leben noch vier Spieler. Ich entschuldige mich wirklich nochmal bei allen, die jetzt knappe zwei Wochen kein Video von mir gesehen haben. Werde wir in Zukunft auch viel mehr Livestreamen. So, jetzt beginnt auch schon das Deathmatch hier gegen den Let's Teddy und wir schauen mal, ob wir was reißen können jetzt. Das ist ein Jedeseseseseseseseseses. Das ist ein Jedeseseseseseseseseses. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der verkämmt sich hier. Bleib schön hier. Oh, hier gibt es ein hartes Gemetzel. Oh, wir müssen uns jetzt hier mal leicht verpissen eigentlich. Den haben wir noch mal einen Bogen hinten mitgegeben. Oh, hier gibt es ein hartes Gemetzel. Yeah, und jetzt haben wir ihn auch noch mal geholt. So, wir nehmen den Diabos-Panzer natürlich. Das waren zwei easy Runden, würde ich sagen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und peace.